Von THW über Feuerwehr bis zum Sportverein oder in der Kultur. Ohne unsere ehrenamtlich Tätigen wäre in Deutschland kein Start zu machen. Am 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamtes. 23 Millionen Menschen in Deutschland schenken uns ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Herzblut. Sie wollen nur eines nicht, behindert werden. Bürokratische Hemmnisse müssen weg. Dafür setzen wir uns ein als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Denn für uns sind alle, die sich ehrenamtlich engagieren, unsere Helden des Alltags.